Herzlich willkommen zu unserem heutigen How-To Video für den Wattpiloten und wie regle ich den PV-Überschuss damit. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie die PV-Einstellungen, den PV-Überschuss regeln können und wie Sie die Detailwerte dazu einstellen können. Hierfür benötigen wir einmal unsere Solar Wattpilot App, mit der Sie die Einstellungen treffen können. Bitte beachten Sie, dieses Video wird mit der App Version 1.5.0 gefilmt. Wenn Sie während den Einstellungen Probleme haben oder auch in Zukunft Einstellungen nicht mehr zurücksetzen können, können Sie den Wattpilot mit der RFID Reset Card jederzeit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und damit Ihre Einstellungen rückgängig machen und von vorne begehen. Schauen wir uns also an, wie wir jetzt die Einstellungen für den PV-Überschuss in der Wattpilot App regeln können. Hierfür gehen wir einmal auf den Start-Screen in unserer Wattpilot App und unter dem unteren Reiter finden Sie den Punkt Einstellungen. Hier unter Einstellungen finden Sie dann den dritten Optionspunkt Kostenoptimierung. In der Kostenoptimierung haben Sie jetzt hier die Möglichkeit auf der Unterseite einmal natürlich den PV-Überschuss zu verwenden, das heißt die Funktion selber zu aktivieren. Das passiert mit diesem kleinen Schieberegler hier. Der zweite Punkt, das ist dann die Auswahl des Wechselrichters. Hier koppelt der Wattpilot sich automatisch mit dem Wechselrichter, der sich in Ihrem Netzwerk befindet, in Ihrer Netzwerkumgebung gefunden wird. Sie können hier auch in die Option reinklicken, und eventuell, wenn Sie das möchten, einen anderen Wechselrichter, eine andere Datenquelle auswählen. Ansonsten hier bitte immer den Wechselrichter wählen, der mit dem Fronio Smart Meter am Einspeisepunkt verbunden ist, das heißt den Wechselrichter wählen, der das Energiemanagement in Ihrer Anlage übernimmt. Darunter haben Sie dann Grenzwert PV-Batterie und Grenzwert Ohnpilot. Zu diesen Grenzwerteinstellungen möchten wir in einem zweiten How-To-Video eingehen. Und ganz wichtig für die PV-Überschusseinstellungen haben wir jetzt hier den Punkt erweiterte Einstellungen unter dem Punkt PV-Überschuss. Hier klicken wir also rein und als ersten Punkt sehen Sie jetzt hier den Startleistungspegel. Und bei Elektrofahrzeugen ist es so, dass die meisten Elektrofahrzeuge einen minimalen Ladestrom von 6 Ampere haben. Das heißt 6 Ampere ist diese Mindestladeschwelle, die erreicht sein muss, damit die Autos zum Laden beginnen. Und daraus ergibt sich einphasig die Leistung von 1,4 kW. Und das ist auch das, was Sie hier eingestellt haben. Das heißt, standardmäßig ist hier im Wattpilot diese 1,4 kW Startleistungspegel eingestellt. Und das ist der Wert, ab dem der Wattpilot anfangen wird, das Auto zu laden, sobald diese 1,4 kW vom Wechselrichter an überschüssiger PV-Leistung zur Verfügung stehen. Damit soll eben verhindert werden, dass zum Beispiel Energie aus dem öffentlichen Netz gezogen wird oder dass zu lange gewartet wird mit dem Ladestart, damit eben der überschüssige Strom bereits zum Laden verwendet werden kann. Ja, diesen Startleistungstegel, den können Sie natürlich beliebig einstellen. Sie können ihn höher setzen, wenn Sie erst später mit dem Laden beginnen wollen. Zum Beispiel, wenn Ihr Auto bei niedrigen Ladeströmen eine schlechte Effizienz hat. Sie können den Ladestrom aber natürlich auch runtersetzen. Das heißt, zum Beispiel auf 0,5 kW setzen. Wenn Sie wissen, Sie haben eine sehr kleine PV-Anlage und möchten sicherstellen, dass das Auto öfters geladen wird, dann wäre es zum Beispiel der Fall, dass 50% aus dem öffentlichen Netz und 50% von der PV-Anlage kommen, um das Auto mit größtenteils erneuerbaren Strom zu laden. Ja, bitte beachten Sie auch hier, wenn Sie diesen Wert niedriger setzen, dann kann es natürlich auch sein, dass unter Umständen Energie aus Ihrem stationären PV-Batteriespeicher gezogen wird, um das Auto zu laden. Das heißt, wenn Sie hier diesen Startleistungstegel niedriger setzen, wird natürlich auch Energie aus dem öffentlichen Netz genommen, beziehungsweise wenn noch Energie in Ihrem Batteriespeicher drinnen ist, wird auch dieser verwendet, um das Auto zu laden. Wenn Sie das verhindern wollen, dann nehmen Sie hier einfach den Startleistungstegel, der mit Ihrem Auto übereinstimmt, in dem Fall zum Beispiel 1,4 kW, wählen Sie den Eco-Mode und damit wird verhindert, dass aus dem Batteriespeicher auch entsprechend Energie gezogen wird. Ja, der zweite Punkt, der ist die Nulleinspeisung und mit dem Wattpilot haben Sie auch die Möglichkeit eine Nulleinspeisung zu realisieren, das heißt zu verhindern, dass Energie in das öffentliche Netz eingespeist wird. Bitte beachten Sie, wenn Sie hier diesen Schieberegler Nulleinspeisung setzen, dass Sie den auch in Ihren Fronius Wechselrichter setzen, das heißt die Einstellung muss hier parallel laufen, Fronius Wechselrichter Nulleinspeisung konfiguriert sein und beim Wattpilot Nulleinspeisung konfiguriert sind. Erst dann können die beiden Systeme aufeinander abstimmen und können diese Nulleinspeisung auch tatsächlich realisieren. Ja, der dritte Punkt, das ist dann das Regelverhalten und beim Regelverhalten, da haben Sie die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Optionen zu wählen. Einmal eingestellt ist das Standardregelverhalten. Sie haben dann die Möglichkeit zu wechseln auf Netzbezug bevorzugen oder Netzeinspeisung bevorzugen. Je nach Ihren Wünschen können Sie dann sozusagen den Wattpiloten wirklich wattgenau regeln, sozusagen können dann wirklich entscheiden, wie viel Energie wird für den Wattpiloten für die Ladung genommen und wie viel Energie kommt aus dem öffentlichen Netz. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wir haben vorhin gesprochen, diese Mindestschwelle von 6 Ampere, es wird dann in einzelnen Ampereschritten die Ladeleistung geregelt, das heißt 6 Ampere, 7 Ampere und so weiter. Dadurch ergeben sich natürlich kleine Schwellwerte, zum Beispiel 230 Watt beim einphasigen Laden und um jetzt zu verhindern zum Beispiel, dass überhaupt auch nur ein paar Watt aus dem öffentlichen Netz gezogen werden, können Sie jetzt hier sozusagen die Netzeinspeisung bevorzugen und das wird dazu führen, dass der Wattpilot dementsprechend regelt, dass keine Energie, die auch nicht ein paar Watt aus dem öffentlichen Netz gezogen werden, sondern dass wirklich die nächste Stufe, der nächste Ampere-Schritt erst genommen wird, wenn auch die verfügbare PV-Überschussleistung dies zulässt. Der zweite Punkt, den Netzbezug bevorzugen. Das würde bedeuten, wenn Sie zum Beispiel eine kleine PV-Anlage haben und Sie wollen schnell auf einen höheren Stromwert kommen, dann wird der Wattpilot umschalten, auch wenn die benötigte Energie für die nächste Stufe noch nicht voll erreicht ist. Das heißt, im Falle von diesen 230 Watt wird der Wattpilot dann auf die nächste Stromstufe stellen, sobald ein paar Watt-Überschuss schon wieder drüber sind. Das heißt, der Vorteil ist, Sie können dann schneller auf höhere Ströme regeln, können das Auto schneller laden, gerade bei kleinen PV-Anlagen macht das sehr viel Sinn. Auf der anderen Seite, wenn Sie eben verhindern wollen, dass überhaupt auch nur ein paar Watt aus dem öffentlichen Netz gezogen werden, dann können Sie auf die Netzeinspeisung bevorzugen, damit verhindern, dass Energie aus dem öffentlichen Netz verwendet wird. Die mittlere Einstellung, die auch standardmäßig aktiviert ist, das ist die Standardeinstellung. Hier wird bei 50 Prozent erreichen der nächsten Stufe wird geschalten und damit sozusagen die Hälfte dieser 230 Watt, das heißt 115 Watt an Überschuss verfügbar ist. Dann wird auf die nächste Stufe geschalten, 115 Watt von der Photovoltaikanlage genommen und 115 Watt vom öffentlichen Netz genommen. Sie sehen schon, Sie können den Wattpiloten hier also schon sehr genau regeln, können hier wirklich präzise auf Ihren Überschuss regeln und können dann selbst definieren, wann der Wattpilot laden soll und wo diese Energie dafür herkommen soll. Ja, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, dann gehen Sie noch auf den Punkt Speichern, speichern damit diese Einstellungen und haben damit Ihren gewünschten PV-Überschuss zusammengestellt. Ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Sage in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und fahren Sie elektrisch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.